Peace Freunde, was geht? Ich bin bei Reapers und ich begrüße euch zu einem neuen Fortnite-Video hier auf meinem Kanal. In einem heutigen Video gibt es mal die Lösung der Schatzkarte der Woche 10 aus der Season 5 und somit ist das auch die letzte Schatzkarte von dieser Season, dann geht es weiter mit Season 6 und da wird es natürlich auf meinem Kanal auch weitergehen mit Lösungsvideos, Battle Pass, Sternvideos oder anderen coolen Fortnite-Videos. Und was genau in der Season 6 kommen wird, das werdet ihr nochmal in einem genaueren Video von mir erfahren, was in ein paar Tagen online kommt. Die Herausforderungen von der Woche 10 werden am Donnerstag oder am Freitag herauskommen, das ist noch nicht so ganz klar. Da müssen wir schauen einfach, wie Epic Games sich das Ganze so sagt, also die sind ja so ein bisschen immer, naja, hin und her, ne? Drop mir auf jeden Fall einen Daumen nach oben, Freunde, für die Lösung mal wieder, dann gibt es weitere Lösungen. Wir joinen jetzt gleich in Spielwiese rein und dann werde ich euch zeigen, wo ihr den Woche 10 Schatzkarten Battle Pass Stern findet und das Ganze dieses Mal heißt, suche zwischen einer überdachten Brücke, einem Wasserfall und dem neunten Grün. Ich habe das Ganze herausgesucht, wo das Ganze ist. Ich würde sagen, wir joinen in eine knackige Spielwiese-Runde und dann zeige ich euch, wo der Battle Pass Stern ist. So, jetzt in der Runde angekommen. Ihr seht schon, ich bin auf dem Weg zu einem bestimmten Punkt, denn wer nicht weiß, was das neunte Grün heißt, das kenne ich, ich habe damals Golf gespielt und daher weiß ich das. Das neunte Grün, so nennt man halt eben beim Golf das Ganze und ihr seht schon, ich bin auf dem Weg zu Lazy Links. Bei Lazy Links sind ja die bekannten Golfplätze und ihr seht ja auch, hier sind die Bunker und ja, ganz viele Golfplätze. Und wir landen jetzt erstmal ganz kurz hier neben diesem coolen Auto. Und wenn wir halt hier eben auf das Schild schauen, dann sehen wir neun, okay, das neunte Grün. Hier können wir halt eben abschlagen, Part 3. So, dann gehen wir mal ganz kurz ein bisschen weiter. Da vorne sehen wir den Wasserfall. Wenn wir da runter gucken würden, dann wäre da der Wasserfall. Und wenn wir jetzt nach rechts schauen, sehen wir die überdachte Brücke, ja. Wenn wir uns nun das Ganze auf der Karte mal anschauen, hier haben wir das, ja, neunte Grün. Hier haben wir den Wasserfall. Und hier haben wir die Brücke. Das bedeutet, dazwischen müsste exakt hier sein normalerweise, ja. Bedeutet, wir gehen aber ganz kurz hin. Zack, hier in etwa wird dann der Battle Pass Stern vor der Woche 10 sein. Den könnt ihr euch ganz gering abholen. Und dann habt ihr die Aufgabe auch geschafft und erhaltet eine Battle Pass Stufe. Ich hoffe nun, euch hat das Video weitergeholfen und gefallen. Wenn ja, droppt mir gerne ein Like oder ein Abo. Natürlich kostenlos das Abo. Und rechts daneben könnt ihr die Glocke aktivieren, um nichts mehr auf meinem Kanal zu verpassen. Das war's jetzt nun. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Freunde. Euer Reapers. Chibi out. Ciao, ciao. Ciao, ciao.